Hey, what's up? Ich bin Virtuele Vincent und von da gehen wir ein Review machen für die neue App von Gestapo Knallmusik. Wir gehen die App auf und machen. Oh, Gestapo Knallsoftware. Eigentlich ist die Gameplay sehr simpel. Sie müssen gewohnt drücken auf die rote Knopf. Ich finde das ein sehr schön gemacht, zwei ein sehr nötiges Spiel, drei, es befreitert auch die Reaktität und vier, das stimuliert auch mein Ballern. Überall gebe ich die Game, grosso modo 69 auf 69. Auch sehr toll, sie können das auf die GSM auch spielen. Los, dann kann ich gucken. Hey, Januk von Gestapo Knallmusik hier. Vincent, du hast alle gekostet, aber ich habe deine Stimme auch noch nodig. Darum stemme Januk für dich ab in die Finale von Die Voice. Danke schön. Genau, Gestapo Knallmusik hat deine Hilfe nodig. Surf schnell nach knallmusik.itch.io slash word. Verpräg deinen persönlichen Rekord und stemme Januk vandaag noch in die Finale von Die Voice von Deutschland.